Gebracht aus unserer Bundesliga-Mannschaft für unseren Spielern Kreuz 17. Servus! Wir sind ein Sieg! Ein Sieg! Wie ist es eigentlich so, bei so vielen Leuten zu spielen? Es macht auf jeden Fall Spaß! Fast so viel Spaß wie hier mit Schweinsteiger zum Beispiel. Aber macht Spaß! Besonders wenn sie richtig laut sind.